وَإِنَّ لَهُ لَحَافِدُونَ Wir werden diesen Koran bewahren. Koran und auch die Sunnah, weil die Sunnah erklärt den Koran. Die Sunnah vom Propheten Muhammad SAW erklärt den Koran. Wir werden diesen Koran und die Sunnah bewahren. Und das hat Allah SWT sich selbst zur Aufgabe gemacht. Niemand anderes hat diese Aufgabe bekommen als Allah SWT. Kein Buch ist so oft auswendig gelernt worden wie der Koran. Wenn du durch die gesamte Welt kursst, du schaust nach Asien, du schaust nach Afrika, du schaust nach Europa, du schaust nach Amerika. Überall findest du Millionen von Menschen und manche sind so klein, die nicht mal an deinem Knie anraben. Sie alle haben den Koran auswendig. Nenn mir ein einziges Buch, das so oft auswendig gelernt wurde wie der Koran. Wenn du alle Bücher aus dieser Welt nehmen würdest und sie vernichten würdest, der Koran wäre das einzige Buch, was in seiner ursprünglichen Form wiederhergestellt werden könnte. Kein anderes Buch. Schaut mal, ihr habt Schriftsteller, die können ihr eigenes Buch nicht auswendig, obwohl sie so viel Zeit darin investiert haben. Aber Allah hat diesen Menschen die Gnade gegeben, sein Buch auswendig zu lernen. Sie sollen uns ein Beispiel zeigen, wer das Neue Testament auswendig hat. Wir werden ihnen ein Bonbon oder ein Lutscher schenken. Es gibt niemanden. Es gibt niemanden, der dieses Neue Testament auswendig hat. Allah subhanahu wa ta'ala. Er macht die Menschen zu einem Mittel, damit sie die Religion Allahs bewahren. Subhanallah. Und stell dir vor, wenn Allah dich zu einem Mittel macht, dass du den Koran auswendig kannst, dass du die Religion Allahs bewahrst. Allahu Akbar. Wie wird der Ajit darin sein? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von diesen Leuten machen. Eine Frage stellt sich, hat bestimmt jeder von euch. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala den Koran geschützt und die vorigen Offenbarungsbücher, wie die Tora und den Injil, die Bibel nicht? Warum? Die Antwort ist leicht, liebe Brüder und Schwestern. Weil die vorigen Bücher wurden von bestimmten Gesandten zu einem bestimmten Volk gesandt von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, Allah hat diese Gesandten zu einem bestimmten Volk gebracht. Aber Allah wusste doch, es kommen neue Gesandten und deswegen war es nicht von Notwendigkeit, dass dieses Buch erhalten bleibt. Aber kommt nach Muhammad sallallahu alaihi wa sallam noch jemand? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Wir haben dich doch als frohen Bote, einer der die frohe Botschaft überbringt und als Warnah zu der gesamten Menschheit geschickt. Nicht nur zu einem Volk, zu der gesamten Menschheit geschickt. Auch die Jinn, auch die Jinn unter ihnen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, aber die meisten Menschen verstehen nicht. Sie verstehen nicht, dass dieser Koran das letzte Buch ist. Sie müssen doch Muhammad sallallahu alaihi wa sallam folgen, weil er zu allen Menschen kam. Wenn sogar die Jinn ihm folgen, dann welch bedauerliche Weise, welche Stellung diese Kupfer bei Allah subhanahu wa ta'ala haben. Und noch eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist für uns. Wann wurde der Koran herab gesagt? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ein Monat, in dem wir uns auch gerade befinden, in diesem Monat hat Allah subhanahu wa ta'ala den Koran herabgesandt. Aber an welchem Tag in diesem Monat? In einer gesegneten Nacht. Wir haben ihn in einer gesegneten Nacht herabgesandt. Das ist die Nacht der Bestimmung. In dieser Nacht hat Allah subhanahu wa ta'ala das heilige Buch auf Muhammad sallallahu alaihi wa sallam herabgesandt. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, dass dieses Buch von Allah al-Mahfuz, das ist die wohlbewahrte Tafel, in dieser Nacht von Ramadan, zu dem ersten Himmel von Samaa al-Dunya, das ist der erste Himmel, gesetzt wurde und von dort an ging die Offenbarung los, innerhalb von 23 Jahren an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich möchte abschließen mit ein paar Vorzüge, die wir bei Ibn Allah ta'ala verinnerlichen sollten, was es bedeutet, sich mit dem Koran zu beschäftigen. Wallahi, derjenige, der den Koran liest und vor allen Dingen wir. Schaut, wir leben in einem Land, wo die Falschheit uns als Lüge verkauft wird. Die Gesellschaften sind verdorben. Alkohol herrscht hier, Sinner herrscht hier, Bedrohung herrscht hier. Und wenn du dieses nicht tust, dann bist du der Böse. Subhanallah. Schaut mal, wie sich das Falsche durchgesetzt hat. Geh und sag deinen jugendlichen Freunden, nein, ich kann nicht mit dir in die Disko. Der sagt dir, was, bist du verrückt? Schaut mal, wer wen die Frage stellt. Eine bekleidete Frau sieht eine nackte Frau. Die nackte Frau sagt zu der bekleideten Frau, schämst du dich nicht, so rumzulaufen? Allahu Akbar, wer ist berechtigt, diese Frage zu stellen? Die nackte Frau oder die angezogene Frau? Wir sind in einer Gesellschaft, wo die Falschheit sich durchgesetzt hat. Und wenn du dich nicht mit dem Koran beschäftigst, dann wird diese Falschheit immer mehr in deinem Herzen durchdringen und vielleicht Überhand gewinnen. Und Wallahi, wir hatten Leute, die waren in den ersten Monaten in den Moscheen, aber diese schlechten Dinge, die sie immer draußen gesehen haben, jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde, haben sich in ihr Herz festgesetzt. Und dann dachten sie, das Falsche ist das Wahre. Warum? Weil sie das falsch gesehen haben. Und das Wahre ist nur bei einigen wenigen Menschen zu sehen. Und wenn du den meisten aller Menschen folgen würdest, sie würden dich vom Gedenken Allahs abbringen. Wallahi, es sind nur wenige, die glauben. Es sind nur wenige, die glauben. Deswegen, lass dich nicht von der Zahl beeindrucken. Manche Leute gehen nach Zahlen. Nein, es gibt 6 Milliarden Menschen. 4,5 Milliarden sind da vom Kufat. Willst du ihnen folgen, weil sie mehr sind als die Gläubigen? Wer wird so denken, liebe Brüder und Schwestern. Deswegen, für uns ist wichtig, dass wir uns mit diesem Koran beschäftigen, damit wir immer auf dem Weg der Geradlinigkeit, Siratul Mustaqim bleiben. Nicht nach links und nicht nach rechts gehen, sondern nur das Wohlgefallen von Allah subhanahu wa ta'ala erreichen wollen. Was bekomme ich von Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala? Wir sind ja Händler. Was bekomme ich von Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala, wenn ich im Buch Allahs liese? Der Prophet, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sagt uns in einer authentischen Überlieferung, er sagt uns, derjenige, der ein Buchstaben im Kitab, im Koran liest, er wird 10 Hassanat bekommen. Subhanallah. Und er sagt, der Prophet, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ich sage nicht, Elf, Lahm, Mim ist ein Buchstabe. Nein, Elf ist ein Buchstabe, Lahm ist ein Buchstabe und Mim ist ein Buchstabe. Und das heißt, für Elf, Lahm, Mim, dass du das nur rezitierst, kriegst du 30 Hassanat. Sagst du, Bismillah, Rahman, Rahim, du hast noch nicht mal angefangen, den Koran zu rezitieren, Allah hat dir 190 Hassanat von den Engeln geschrieben. Subhanallah. Und noch eine Sache, es gibt Brüder hier, die können kein Arabisch lesen, also fällt es ihnen noch schwerer, den Koran zu lesen. Sei glücklich, lieber Bruder und liebe Schwester. Wallahi, du kriegst die doppelte Anzahl von diesen Hassanat. Laka ajran, so sagte der Prophet, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Du kriegst zwei Löhne. Warum? Weil du es mit viel Mühezell rezitierst. Und auch sagte der Prophet, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Rezitiere, steige auf, oh, im Paradies. Steige auf im Paradies. Das heißt, mit jeder Ayah, die du rezitierst, lieber Bruder und liebe Schwester, wird Allah subhanahu wa ta'ala dich eine Rangstufe im Paradies erhöhen. Qul huallahu ahad, eine Rangstufe hoch. Allahu sallam, eine Rangstufe hoch. Und was lässt sich wissen, wie die Rangstufen im Paradies sind? Wallahi, nicht alle Paradiesbewohner sind gleich. Es gibt Menschen im Paradies, sie kriegen mehr Genüsse als andere Menschen. Manche kriegen jeden Tag eine Hurrelein und manche müssen sich mit zwei abgeben. Das ist der Faddel von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, für uns sollte es wichtig sein, dass wir dieses Buch immer mit Geduld lesen und mit Barmherzigkeit lesen und versuchen, dieses Buch, wenn wir es gelernt haben, anderen beizubringen. Der Prophet, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sagte, Khoyrikum, khoyrikum, man ta'allama al-Quran wa'allama. Die Besten von euch, schaut mal, die Besten von euch. Willst du nicht zu den Besten gehören? Warum willst du immer zu den Schlechtesten gehören? Es reicht mir in der Schule eine Vierminus. Das ganze Leben wolltest du immer nur der Schlechte sein. In der Schule Vierminus, auf der Ausbildung gerade mal so bestehen, in der Ehe gerade mal so bestehen und gerade mal so versuchen ins Paradies. Nein, versuch dich anzustrengen, dass du zu den Besten gehörst. Khoyrikum, die Besten unter euch sind diejenigen, die das Buch Allahs lernen und auch lehren. Das sind die allerbesten von ihnen. Möge Allah, azzawajal, uns unter ihnen machen. Allahumma ja'alna min ashabi al-Quran. Allahumma ja'alna min ashabi al-Quran. Oh Allah, mache uns zu den Leuten des Koran. Alladina ya'amaluna bih. Diejenigen, die an diesem Koran nicht nur ihn studieren, sondern ihn auch praktizieren. Wa akhiru da'wana. Anilhamdulillahi. Rabbil alam. Vielen Dank.